Der innovative Türzylinder CodeLox LC erlaubt die Türöffnung über Code-Eingabe direkt am Knauf. Einfach, sicher, komfortabel. Der CodeLox ist schlank, elegant und nicht als Codesystem erkennbar. Die Möglichkeit, die Tür jederzeit über einen selbstgewählten Code zu öffnen, bewahrt sie vor unangenehmen Situationen wie einer zugefallenen Tür oder dem vergessenen Schlüsselbund. CodeLox bietet aber nicht nur mehr Sicherheit, sondern auch ein Plus an Komfort, zum Beispiel beim Sport. Einfach befreit loslaufen, ohne Schlüsselzwang. Die Bedienung des CodeLox ist kinderleicht. Sie geben den Code einfach über Drehen und Drücken des genialen Ziffernrings ein. Auf die erste Ziffer drehen, kurzer Druck nach innen, die nächste Ziffer wählen und so weiter. Oder wie gewohnt mit dem Schlüssel. Einfach einstecken und Türe öffnen. Sie brauchen nur noch einen Schlüssel für alle Türen. CodeLox macht endgültig Schluss mit dem Chaos am Schlüsselring. CodeLox bietet Ihnen erhöhten Einbruchschutz, Sicherheit im Fall von Schlüsselverlust oder zugefallener Türe und mehr Komfort und Freiheit im Alltag. Ebenso einfach wie das Öffnen der Türe ist die Vergabe von Zutrittsrechten. Vertrauen Sie auf die Erfahrung und die Qualität von ABUS und genießen Sie mehr Sicherheit und Komfort mit dem innovativen CodeLox LC.